Hallo YouTube und willkommen zu meinem ersten Android Video. Ich habe mir für euch heute mal das Android 6 Update für das Samsung Galaxy S5 angeschaut. Ich wünsche viel Spaß und Tunes an den Videos. Bis gleich! So, hier haben wir nun unser altbackenes Galaxy S5 zu sehen. Wie man auch sieht leider schon mit ein paar Schrammen bei meiner Nutzung entstanden. Ich fahre das Gerät jetzt mal hoch und ihr werdet schon sehen, dass sich ein klein wenig getan hat. Wenn wir jetzt nämlich hier gleich die Boot-Animation des Gerätes sehen, dann werdet ihr merken, dass diese ein bisschen anders ausschaut als vorher. Diese wurde soweit ich weiß vom Galaxy S7 übernommen, könnte aber auch schon beim Note 5 vorhanden gewesen sein. Aber diese findet man auf jeden Fall beim Galaxy S7. Was hier gleich auffällt, dass der Start-Ton entfernt wurde. Dieser ist hier nicht mehr vorhanden. Genau, warten wir mal, bis das Gerät hochgefahren ist. So, da hätten wir es auch schon. Wie man sieht, Sperrbildschirm sieht erst mal soweit gleich aus. Genauso wie bei Android 5. Ich entschwer' mal das Gerät kurz. So. Was hier auf dem Homescreen gleich auffällt, sind ein paar neue Symbole. Denn die alten wurden jetzt durch die, die man auch beim Galaxy Note 5 schon vorgefunden hat, ersetzt. Die Symbole, die man beim Android 6 Update für das Galaxy S6 oder beim Galaxy S7 vorfindet, hat man hier wiederum nicht. Zum Beispiel dieses Apps-Menü-Symbol. Das war jetzt beim Galaxy S6 Android 6 Update dann weiß mit schwarzen Punkten. Oder auch beim Galaxy S7. Das hat man hier nicht übernommen. Was man hier auch nicht übernommen hat, ist das Wetter-Widget vom Galaxy S6 oder Galaxy S7. Das ist weiterhin gleich geblieben. Ansonsten, soweit hat sich hier auch nicht viel verändert. Das My Magazine ist immer noch drin. Ich hab's jetzt in dem Fall schon deaktiviert. Wenn man hier mal reinschaut, dann sieht man, es heißt jetzt Flipboard Briefing. Warum das jetzt so heißt, ist mir ehrlich gesagt nicht bekannt. Ich hab mich damit auch nicht weiter befasst, weil ich benutze diese Funktion nicht. Ansonsten, was auch nicht übernommen wurde, was sich vielleicht einige gewünscht hätten, dass man Themes installieren kann. Wie man aber sieht, wurde das Menü hier nicht übernommen. Also man kann weiterhin keine Themes installieren. Auch wenn es theoretisch möglich wäre. Ansonsten, was hat sich hier getan? Wie gesagt, neue App-Symbole. Die meisten Apps haben sich aber nicht verändert. Es sind wirklich meistens nur neue Symbole. Was jetzt vom Galaxy S6 und Note 5 oder S7 übernommen wurde, ist der Browser. Denn wir haben hier nicht mehr diese coole 3D-Ansicht bei den Tabs, wie wir sie vorher hatten. Sondern wir haben jetzt die Ansicht, wie man sie auch beim S6 hat. Also es sieht im Grunde genommen aus wie beim Android, das Multitasking-Menü, wenn wir uns das mal vergleichen. Denn sieht mal, ist da kein großer Unterschied dazwischen. Zu Performance-Updates gehe ich mal ganz kurz ein. Also es ist ein wenig flüssiger geworden. Es fällt auf jeden Fall auf, dass es einen Ticken schneller ist. Es kann natürlich sein, dass es jetzt durch das Zurücksetzen so gekommen ist. Aber es ist spürbar schneller. Ich würde jetzt aber nicht behaupten, dass es genauso schnell ist, wie das Galaxy S5 und das Sananji Mod 13 mit Android 6. Das läuft immer noch ein Ticken flüssiger, ein bisschen schneller im Starten der Apps und überall. Ansonsten, was mir auch noch aufgefallen ist, wir haben jetzt hier die Ausschaltanimation, wie man sie auch beim Galaxy S6 oder Galaxy S7 kennt. So, dass der Bildschirm sich dann hier zusammenzieht, sozusagen. Was mir sehr negativ aufgefallen ist, darauf gehe ich auch noch mal kurz ein. Das zeige ich euch mal hier schnell im Speichermenü. Und zwar haben wir nicht mehr allzu viel intern speicherfrei. Ich habe jetzt keine Apps installiert, also keine Drittanbieter-Apps. Ich habe nur das, was vorinstalliert ist, drauf und das halt noch aktualisiert. Und wir sehen halt, es ist nicht mehr allzu viel speicherfrei. Es gibt in Android 6 die Funktion, dass man jetzt die Speicherkarte als internen Speicher benutzen kann. Samsung hat diese Funktion leider hier deaktiviert. Denn wir finden hier kein Menü, um dieses als internen Speicher freigeben zu können. Genau, wir können ja nur den Speicher halt auswerfen oder formatieren, aber wir können ihn nicht als internen Speicher benutzen. Leider sehr schade, denn das Galaxy S5 ist ja am Speicher sehr knapp gemessen, zumindest die europäische Version. Denn die ist gerade mal mit 16 Gigabyte ausgestattet, wovon dann schon, ich würde sagen, 4 bis 6 Gigabyte allein schon vom System verbraucht werden. Während bei CyanogenMod 13 zum Beispiel wiederum um die 12 Gigabyte frei sind, während hier nur so knapp 7 oder 8 Gigabyte frei sind. Deswegen ist das leider eine traurige Tatsache, dass Samsung das entfernt hat. Ansonsten die restlichen Neuerungen von Android 6 zum Beispiel, Google Now on Tap, sind hier enthalten. Dann zeige ich auch nochmal ganz kurz, okay, ich bin jetzt natürlich auf dem Homescreen, da funktioniert das nicht. Wenn ich jetzt hier mal eine Nachricht anklicke, dass man dort versuche, jetzt hier zum Beispiel von WhatsApp einfach die Nachricht mit dem Code. Keine nauernd Tap-Ergebnisse, okay, Vorführeffekt. Gut, ich werde da gleich nochmal drauf eingehen. Nochmal ein paar Dinge zur UI, also zur Benutzeroberfläche. Die wurde, wie man ja schon gesehen hat, an den Tymbolen teilweise an die neueren Geräte angepasst. Auch was so die Animationen betrifft, wenn ich jetzt zum Beispiel eine App starte oder schließe. Multitasking ist gleich geblieben. Man merkt halt, es sind ein paar andere Animationen drin. Die optischen Änderungen, die jetzt beim Android 6 Update vom Galaxy S6 zum Beispiel vorgenommen wurden oder beim Galaxy S7 vorhanden sind, dass das hier oben zum Beispiel alles weiß mit blauer Schrift ist, das wurde ja, wie man sieht, nicht übernommen. Auch das Einstellungsmenü zum Beispiel, dass hier oben jetzt dieser verdunkelte Balken genau dieselbe Farbe hat wie der Rest. Das wurde auch alles nicht übernommen. Also es ist irgendwie so ein Mischmasch aus, ich sag mal, Galaxy S6 oder Galaxy Note 5 Oberfläche und Galaxy S5 Oberfläche. Ist also manchmal etwas, es wirkt halt optisch etwas komisch. Man hat halt teilweise die neuen Icons oder die neuen optischen Merkmale drin und teilweise sind dann doch wieder die alten drin. Was man auch nicht übernommen hat, zum Beispiel vom Galaxy S6 oder die auch beim S5 Neo vorhanden ist, ist die Kamera-App, die bleibt hier weiterhin dieselbe. Kann ich ja mal schnell zeigen. Also man sieht, ist die gleiche Kamera-App, ist genau das gleiche, nur in... Ja, ja, ist das gleiche, also hat sich hier nichts getan. Funktioniert immerhin weiterhin noch gut. Hat sich hier also in dem Fall nichts verändert. Was auch noch von Android 6 jetzt aber neu hinzugekommen ist, ist die Batteriespar-Option namens Dose. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, zumindest in Bezug auf Android 6. Das können wir hier mal kurz im Akku-Menü nachsehen. Das ist ein bisschen versteckt, das findet man nicht so schnell, beim Galaxy S5 zumindest. Wenn wir dann hier nämlich gucken unter Akkuverbrauch und dann unter Akkuverbrauch optimieren. Da kommen wir dann halt in dieses Menü, was wir auch schon von anderen Geräten mit Android 6 kennen, zum Beispiel Nexus-Geräte oder Motorola-Geräte. Was auch noch hinzugekommen ist, sind die App-Permissions, also die App-Berechtigungen, die man jetzt regulieren kann. Ich zeige das einfach mal kurz am Beispiel der SMS-App, denn selbst da kann ich Rechte entziehen. Wenn ich jetzt hier auf App-Info gehe, dann Berechtigungen. Ich nehme jetzt einfach mal die Berechtigungen weg, auf das Telefon zugreifen zu können. Wenn ich dann jetzt hier die Nachrichten-App öffne, dann werde ich gleich danach gefragt. Ich kann hier entweder Zulassen oder Verweigern drücken. Ich kann aber auch ein Häkchen bei Nicht-Mehr-Fragen machen. Das gilt aber nur, wenn ich das verweigern möchte. Wenn ich es zulasse, dann bleibt es auch zugelassen dauerhaft, bis ich es halt wieder in den Einstellungen selber deaktiviere. Wie ich ja schon sagte, Samsung hatte leider nicht die Funktion übernommen, dass man die Speicherkarte als internen Speicher formatieren kann. Das kann ich hier mal an meinem Motorola Moto X Style zeigen, wie das eigentlich wäre oder wo man das Menü normalerweise finden würde. Hier haben wir ja Stock-Android drauf. Wenn wir dann nämlich hier auf Speichern und USB gehen, dann SD-Karte von Samsung. Dann hier auf Einstellungen gehen. Da könnten wir das jetzt zum Beispiel noch als intern formatieren. Das funktioniert halt wie gesagt beim Galaxy S5 nicht. Und das ist halt sehr schade, da der Speicher hier schon sehr knapp bemessen ist. Leider etwas blöd. Weil wie gesagt, das System-Update schluckt nochmal etwas mehr Speicher. Deswegen finde ich das etwas schade. Ansonsten hatte ich mir hier auch mal Benchmark-Ergebnisse angeguckt. Wir können nochmal einen kurzen Benchmark durchführen. Ich habe jetzt nur eine Geekbench 3 probiert. AnTuTu-Benchmark habe ich jetzt in dem Fall nicht probiert. Mir ist aber beim Geekbench aufgefallen, das Ergebnis ist nicht ganz so hoch wie das Galaxy S5 und das Cyanogen Mod 13. Ich werde da aber auch nochmal gleich auf ein paar andere Dinge eingehen in Bezug auf den offiziellen Android 6 und dem Android 6 vom Cyanogen Mod 13. Aber wie gesagt, gefühlt läuft das Gerät ein Ticken flüssiger. Es läuft wirklich etwas besser als vorher, weil ich sag mal das Lollipop, das war ja noch das 5.0. Das war ja nicht mal das 5.1. Das war noch sehr, ich nenne es mal laggy, also sehr ruckelig teilweise. Und man hatte halt auch größere Verzögerungen manchmal in den Anwendungen drin. Genau, wir haben jetzt einen Single-Core-Score von 930, ein Multi-Core-Score von 2888. Ich muss dazu sagen, ich komme manchmal über die 3000, aber ich bin in der Regel mit den Zählnchen Mod 13 immer einen Ticken höher. Insgesamt in der Leistung. Was gibt es noch hier zu sagen? Eigentlich nicht viel. Wie gesagt, die meisten Apps haben sich nicht verändert. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal S-Planner gucken, ist es immer noch dasselbe wie vom Galaxy S5 vorher sozusagen. Oder der Taschenrechner ist auch das gleiche. S-Self aktualisiert sich ja immer selbst, das war ja vorher schon nicht anders. Wenn wir uns hier dann mal zum Beispiel die Galerie-Hub angucken, ist es hier oben weiß. Ich glaube, die ist beim Galaxy S6 jetzt auch nicht anders gewesen, aber rein von der Bedienung her ist es immer noch dasselbe. Die Airview-Funktion, wie man gerade gesehen hat, ist übrigens erhalten geblieben. Ich glaube, die wurde ja beim S6 oder S7 entfernt. Ist aber auch nicht so tragisch, man muss sie ja nicht unbedingt benutzen. Genau, jetzt wollte ich noch mal ein kurzes Beispiel zum Now-On-Tap machen. Ich öffne jetzt einfach mal den Browser. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht warum das zur Schwarzseite eingestellt war, Potsdamer Nachrichten. Wir können ja hier mal gucken, ob da was bei rauskommt. Und genau, ihr habt da jetzt halt ein paar Namen im Artikel gefunden und da konnten wir jetzt ein Google-Suchergebnis zu finden. Das funktioniert natürlich nicht nur im Browser, das funktioniert auch in einer anderen App. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein WhatsApp von jemandem geschrieben bekommt, hey, ich bin gerade da und da oder ich reise mal hier und dorthin und ihr wollt was über den Ort wissen, dann könnt ihr einfach gedrückt halten und dann zeigt er euch Suchergebnisse dazu an. Ansonsten, Akkulaufzeit wird schätzungsweise wohl etwas höher sein durch den DOS Batteriesaver. Ich kann es allerdings nicht aussetzen, denn das ist halt wie gesagt nicht mehr mein Alltagsgerät. Mein Alltagsgerät ist hier mein Moto X-Style, bin ich auch ganz zufrieden mit. Deswegen kann ich euch leider dazu nichts weiter sagen. Ansonsten, wie ich gesagt, die Bridges und alles, das ist alles gleich geblieben. Da gibt es halt keine großen Neuerungen insgesamt in diesem Update. Also es sind wirklich nur so systeminterne Änderungen, die vorwiegend hier stattgefunden haben bei diesem Update. Da gibt es sonst keine allzu großen Neuerungen. Was mir sonst aufgefallen ist, das Soundmenü ist nochmal ein bisschen anders hier. Das ist jetzt halt so wie beim Android 6, dass es hier mehr Speicher einnimmt und nicht mehr so ein kleiner Balken ist, sage ich mal wie früher noch. Hat ja aber weiter die Möglichkeit auf die ganzen anderen Soundstufen zugreifen zu können. Aber das ist ja, wenn wir uns jetzt mal hier wieder bei Moto X-Style angucken, da ist es ja auch nicht anders. Wenn ich jetzt hier mal, genau, man sieht halt, es ist kein allzu großer Unterschied. Hier ist es ja dunkel gestaltet. Hier hat man nicht ganz so viele Optionen, weil man hier die Systemlautstärkung nicht separat einstellen kann. Aber es ist im Großen und Ganzen kein großer Unterschied jetzt hier zum Galaxy S5. So, dann werde ich nochmal einen kurzen Vergleich treffen zu Silent G-Mod 13. Wie gesagt, dieses Update läuft ein bisschen schneller als das vorherige, was noch auf Lollipop basierte. Es läuft halt insgesamt flüssiger, ein Ticken schneller. Aber es kommt einfach von der Performance her nicht an Silent G-Mod 13 ran. Das muss man mal einfach so sagen, weil Silent G-Mod 13 lief jetzt bei mir auf dem Galaxy S5 ziemlich perfekt. Es lief einfach super schnell. Kann ich auch nur jedem empfehlen zu installieren. Und das Schöne beim Silent G-Mod 13 war natürlich, dass man mehr internen Speicher zur Verfügung hatte als mit der Samsung-Version. Weil die Samsung-Version ja immer ziemlich zugeknallt ist. Ich meine, beim Aktualisieren wurden irgendwie 270 Apps optimiert. Wenn ich das jetzt mal bei Moto X Style betrachte, das läuft ja mit Stock Android. Da waren es beim Update damals nicht mal um die 100 Apps. Da merkt man halt schon, Samsung hat die Geräte schon ordentlich zugeknallt mit anderem Zeug. Deswegen kann ich auch nur jedem den Silent G-Mod 13 empfehlen. Und wie gesagt, es läuft schneller, man hat mehr Speicher zur Verfügung. Und wesentlicher Unterschied, man kann beim Silent G-Mod 13 die Speicherkarte auch als internen Speicher benutzen. Was hier leider nicht möglich ist. Was halt möglich wäre, aber Samsung aus irgendwelchen Gründen auch immer deaktiviert hat. Das finde ich halt insgesamt sehr schade, weil wie gesagt, das Gerät hat wenig Speicher. Mir wäre das schon ganz praktisch, wenn man gerade viele Videos macht, die ja hier auch sehr viel Speicher wegnehmen. Oder viele Fotos oder auch viel im WhatsApp-Rund schickt. Das wird ja alles nur im, also WhatsApp zumindest zum Beispiel, wird ja alles im internen Speicher hinterlegt. Das kann man ja leider nicht auf dem externen Speicher umstellen. Man kann das zwar rüberschieben, aber dann hat man es halt im WhatsApp nicht mehr drin. Deswegen finde ich das schon ein bisschen schade. Und App-Daten werden natürlich auch nicht rüber auf die Speicherkarte gezogen. Gut. Das war also mein erstes Android-Video. War jetzt sehr spontan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Meinungen dazu habt, dann schreibt sie ruhig in die Kommentare. Kritik bitte konstruktiv, wie immer. Ansonsten, wenn jetzt irgendwie so eine Scheiße kommt wie, äh, sie ist ja scheiße. Ja, dann werde ich auf dieses Video nicht, äh, werde ich auf diesen Kommentar nicht eingehen. Gut. Dann sehen wir uns später mal wieder und bis dann.